einen schönen guten tag und willkommen zurück zu warframe so was gibt es bei warframe die prime volt ist nämlich auf und da kann man die relikte von chroma prime und super prime und deren waffen wie kronen prime tiberium prime rubikop prime und gramm prime genau erfahren und es gibt es die möglichkeit wo man die relikte bekommt einmal eidolon dann fortuna dann da muss und in der wald und heute zeige ich euch wo man die relikte auf fortuna kriegen kann so in dem ich dann ansprechen zu machen zu fast display has to go somewhere now we've got thermia fractures threatening to roast fortuna nev can fix this but he won't instead he's got that mucking exploiter world harvesting the surface thermia for quick profit get out there locate a fracture and i hope you see it oh and sparky you run into that exploiter all about that you like it once the ice is up nothing can touch her so ja da es läuft ja noch das ja monatliche oder halt das 20-tägige was alle 20 tage immer aufkreuzt das thermische ritzeevent so arbeit nebensache es geht diesmal um die relikte und dann fange ich erstmal mit lebensnachweis an da erhalte ich das lift relikt c8 dann sparky wein got all cycle a harry conti die haben von nev special operations unit the team fans am think something big the wind silent bevor they get past the info find them ok da bin ich auch direkt in der gruppe reingefallen ach was jetzt nicht schlimm ist so so Das ist ja die Korpuslager zu. Schalte immer Tifa. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. jetzt macht ja um den mir noch angezeigt wird weiß ich nicht ich kann schon weg wo der letzte was ist das ach der ist oben oh hier so korpus luftdeckung ab noch mal ja ich sollte sagen sollte er auf die karte achten anstatt auf den markierung rhein first cash two to go the second cash one more to go und ja based on the amount and nature of these supplies the team has prisoners there is something in yesterday's dispatches something about oh of course right it's a long shot but here goes best info says the team last reported in from somewhere in the marked area go look around was so und einmal das solare's camp finden oh no ich wusste einige dieser Leute untersucht die Bode find any survivors ver捕ffed und da ist etwas in der Buffer wir müssen es auf die Karte decoden, bevor das Gerät fällt die Anstattungsfälle die Analyse die Anstattungsfälle die Anstattungsfälle die Analyse die Anstattungsfälle Gut, hallo. Buffer. Ich kann die Finale-Transmission sehen. Komm, die Finale-Transmission. Ich bin da. Ich schaue einen schnellen Rund. Die Kontrolle, die Kontrolle, die Pläne, bla bla bla. Oh nein. Sie wurden durch eine Korpus-Patrolle. Ich bin bereit, dass sie... Hier. Hier sind wir. Findet die Überzeugung. Geh sie raus. Hier kommen die Totten. Ich sag mal so. Angeben. Nein, da. Nichts. Ich schaue dich. Ich schaue dich. Ich schaue dich. Ich schaue dich. Oh. Das war's. Und Garuda Chassé bekommt, ok. So, und, äh, fünfmal Tierpachtschlag. So. Dann sollte ich mal direkt die nächste Aufgabe annehmen. Äh, wenn ich blicke, dann zieht die Gruppe einmal komplett mit. Jetzt weg, Quallops. Okay. 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 Oh, doch nicht aufmauern. Ach, hier ist er. Ah, jetzt kommt er. Ach, hier ist er. Oh, ich brauche noch Anliegen. Oh, ich brauche noch Anliegen, ich brauche noch Anliegen, ich brauche noch Anliegen, es wird doch ein bisschen dauern. Oh, ich brauche noch Anliegen, ich brauche noch Anliegen. so take out the same amount again for this to be worth so ok noch die ein paar sich um Der Helo ist jetzt einmal kaputt gekommen. Okay, jetzt mit der Bonuszeit, ne, das schaffe ich nicht. Ich würde mal eben noch 21.2. Ich würde hoffen, dass ich nicht bin. Ach so, das sind nur die Katzen. Oh, noch die Welt. Oh, noch die Welt. So, fertig. So, Option. Äh, 200 Einheiten, okay. 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 What will we do? Yeah. Okay, what will we do? Holding on? Holding on. They take their security seriously here, trip an alarm and they can drag their entire databank in response. So, be sodd in careful. Ah, das ist nicht der gute Ruhe. Gib den Daten an, Sparky, oder es ist weg. Alarm ausgelöst. Ach, das war's. So, oh, ein Biff, äh, die 6 Relikten, na wahr? So. 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 Okay, das war ein Treffer. Was für das, was das war? So. So, das ist noch ein Treffer, der 22 Geh-Stand. Was? Oh, guck mal, da ist noch jemand reingetreten. Ach ja, ist noch die erste Phase. Das hat die Runde verlassen. So. So. Spannende. Oh, guck mal. A Stolen Corpus Drone Rounds. Take one down, I'll hack it, and our engineers will harvest its data mass for useful info. One drone as ordered. Knock it down, Sparky. We gotta hack that thing. One hack coming up, and then a quick teleport into our custody. Here come the taxmen. Ich werde jetzt die Drohne verhauen und, äh, ja. Ist das hier? Ist das noch bei der Drohne? Nichts! So, ohne Erfolg, vielleicht kann man noch. So, schon schon mit dir. Was ist das? Nichts. 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 So, dann auf den Zyklonrad warten. Hacken und äh... Deine Maske schnell wie möglich. Spannhappen nicht. Ich bin echt. Schade, oder? Ich bin echt. Schade, oder? Ja. Schießen. Abschießen. Ja, das ist gut. Wir sind da, wir sind da. Wir halten das Kohlfahrt in einer Kugel für ein bisschen länger. Ich finde, es ist zu fachmach, um zu spüren. So, da wurde er noch Optik und Fetzelkran ab, die Penta. So, sie ist abgetabt, sieh. So, das war's, Garuda Neuroptik, okay. Und, äh, sind's, äh, 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 die Penta, äh, so. So, warum fang ich direkt mit der Lauf? So, das ist einmal Ablängs und Umlauf, dann krieg ich hier und zerdacht. Oh, Pupperstohn, äh, so nicht zu stören. So, das ist ein Spiel, dann kann man das nicht zu tun. So, das ist das, das ist ein Spiel. Wir müssen uns mit etwas anderes vorbeizenden. Wenn SU zu erhöhen in Populist-Supporten wird, Neffes-Surellanz-Drainien haben muss. Seek and destroy, Sparky. Als sie verhämmen, sie reagieren, dann wird es schmerzen. Reaktion returns. Time's short. Go, go, go! Sooo... I can't do that. I can't do that. Trouble strong. Looking good. Trust the same amount again. Oh, that's lost. Relative. Ziemlich geschmeidig. Oh, that's stuck. Oh, that's stuck. Oh, that's stuck. Oh. Okay. Fertig. Oh. Oh. I like it. I know where you need to go. I've managed to isolate a drone from the other patrol routes. Bring it down and let's see what they can tell us. There's the drone. Swat it out of the sky so we can get to work. All right. Once we get this thing rewired, it'll also teleport to a destination of our choosing. Where one of our people is waiting to pick it up. And they're going to try to wreck it rather than let us take it. Hold them off while I get this done. Let's go. Oof, oh, 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 oh. Get out of here. Woo! Woo! Huh. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Let's go. Ok. Oh doch. Ja, mein Krieg ist halt auch viel Leben. Das war ja ganz fast so. Aber das ist... Oh, ich kenne das. Hier. Guck, du willst? Alle, die sind ja. Ich will nicht, die sind ja noch so. Auch da ist die 1-2-4-4-4-5. Die 2-4-4-5 ist halt so. Die 3-4-4-5 ist dann ab. Die 2-4-4-4 ist hier. Die 1-4-4 ist dann ab. Ich bin zurück. Fass dich auf, wenn du das Gefühl hast. Perfekt. Its data mass ist unvergänglich. Der Visual log ist nicht gut, aber... Das ist interessant. Komm, hör auf. Okay, Appen-Tab zieht dich in den Garten. Passage. Ihr habt ihre Attention. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Es wird bemerkt, ihn abzuhren. Und da geht der Unitskollegang. Du kannst nicht einen Stoppilot, wenn du dein eigenes Rennstück kannst, kannst du? Los geht's dann. Es wäre sinnvoll, wenn wir ein bisschen mehr Wasser auszupassen können. Vielleicht infiltrieren die Sicherheitsstation dort, hacken die Erwärtssysteme und sagen, dass die Hauptbasis auf dem Feuer ist. Du bist in der selben Umgebung. Schau mal für die Betriebs- und Sicherheits-Mäßnahmen. Der Feind wird die Daten verletzt, wenn sie dich entdecken. Sie werden herausfinden, dass es ein 4-4-4-4 ist, aber wir werden nicht so viel Zeit brauchen. Ok, nächste Sache. Wo finden wir das Korpus-Camp? Ok. Ich hab die Kisten geschichte und hab von Geschichte. Ich hab die Kisten. Ich hab die Kisten. Ich hab die Kisten geschichte. Ich hab die Kisten. Ich hab die Kisten geschichte. Jetzt setzt Das ist der erste für uns. Obelisk reportiert ist der zweite Beinload. Nicht die Taksin legen auf jeden davon. Ist die fest? Das wäre schon nichts. Und fertig. Okay, ist das ein Vater? Oh, das ist ein Blutredikt. Letzte Aufgabe an. Und das ist ein Blutredikt? Oh, das ist ein Blutredikt. Oh, das ist ein Blutredikt. Oh, das ist ein Blutredikt. Okay. So, da ich jetzt, äh, kein Radar habe, so geht's ein bisschen wie Radar, aber ich glaube, machbar ist das. Oh, das ist ein Blutredikt. Es ist eine Bede. 1-2 noch. So, fertig. Okay, so ein Tramp-Familie. Oh, und, äh, genau, da kriege ich das Axie, äh, G5. Fällt mir jetzt ein, äh, was ich halt kriegen würde für ein Relikt. Okay. Wollen wir erstmal ein Drone? Marking one now. Okay. 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 Oh, okay, dann geht's nicht mehr. A fallen Tenno needs your help. What did you do? Oh, that's a good one. Okay. Oh, that's a good one. Oh, I'm at 10,000 credits. Go on the valve. Where? Think. Okay, got an idea. Wait up. I've had to pull the protection detail from our resource extractors. Think you can protect those excavators till the process is complete. Excavators incoming. Find a power cell. Keep that excavator chugging. I guess I can protect those excavators from the surface. I don't know how to do it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. Die Hauptsache, die Energieversorgung bleibt stabil. Energieversorgung. Dressen. Energieversorgung. So, das ist voll. W-Box. W-Box. Ein Energie-Kern. So, schnell zu gehen. So, ist durch. So, ich muss ihn noch kurz verteidigen. Sandsprang. So, vier nach Ende. Winter ist still intact. Couldn't have asked for a better outcome. Alright, let's get back to it. Winter ist still. Oh, da kommt die. Äh, dieses Zückloch hat man dann. Und verteidigen. Und wie kommt die. Und wie kommt die. Und wie kommt die. Da kommt die. Ich bin da. Scherkel? 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 So? Der macht hier die ganze Arbeit, nicht praktisch. Er zieht das Feuer komplett auf sich. Okay, sein Nickarmisch ist Hops gegangen. Ich komme so schnell wie ich kann, aber dieses Datamass ist ein sehr ernstes Tango-Architektur. Ich brauche euch, um mir mehr Zeit zu kaufen, Sparky. Ah, das reicht nicht zu tun. Das reicht nicht zu tun, das reicht nicht. Oh, schnell zurück. Ich würde sagen, damit bin ich auch ruhig. Oh. Ach, sie geht gut. Wunderbar. Okay, ich habe etwas. Fluchzüberlage, das ist Fluchzgewerb. Komm. So, ich finde, das ist ein Lagerstab. Das ist auch eine ziemlich einfache Aufgabe. Kann mal Sandstreuen ein bisschen. Da muss ich nicht gehen. Strasser? Passwort? Passwort? Passwort. Passwort. Hallo. Buffer. Existing final transmissions. Komm, komm, final transmissions. Run in. Taking a quick look around. Itineraring the control log coordinates, reports, bla, bla, bla. Das ist was ich Angst. Die Körpers haben sie gefunden. Wenn sie noch leben sind, die Tatsmen würde nehmen. Hier. Wenn sie noch leben sind, dann wird unsere Team hier sein. Hier kommen die Tatsmen. Woher kommt? Das ist eine Aufgabe von selbst. Das wichtigste ist natürlich nur bei Darmstufen zu schaffen. Das ist ein Schlafen. So lange keiner in der Hand ist so gut ausfallen, ich würde jetzt so ein bisschen nicht erfüllen. Stärken? Naja, irgendwie bilder kann ich... Schicht! Oh Gott! Stärken? Stärken? Christa! 0 2 8 которые 0 1 So, Knight-Welt brauchen Aufgabe. Wollen wir mich jetzt zurückziehen? So, ich bin fertig. Zack. Ne, nicht aber. So, was habe ich denn erhalten? Zwei Aktiergelikte, ein T6 Relikt, zwei Neo Relikte, kein Meso Relikt. Also, fünf Relikte als Ausbeute. Ist okay. Einmal Gruppe verlassen. Kann man jetzt nicht meckern, um Relikte zu beschaffen von der Prime Vault. Ich habe da weitaus schlechtere Ausbeuten schon gehabt. So, und ja, ich würde mal sagen, das war es dann auch hier mit den Relikt-Farmen auf Fortuna. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.